Borussia Dortmund hat das Champions-League-Finale gegen Real Madrid leider verloren, auch wenn man keinesfalls das schlechtere Team war. Warum es am Ende trotzdem nicht gereicht hat, zeige ich euch in diesem Video. Dabei muss man gezwungenermaßen die zwei Halbzeiten jeweils einzeln betrachten, da es schon ein Spiel von zwei Hälften war. Zunächst also in der ersten Halbzeit war Dortmund die klar bessere Mannschaft, während in der zweiten Halbzeit Real dann die bessere Mannschaft war. Für die erste Hälfte hatte BVB-Trainer Terzic nicht nur wie so oft einen guten Matchplan, nein, ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, er hatte nahezu den perfekten Matchplan, um Real zu bespielen. Sowohl gegen den Ball als auch mit Ball war man sehr gut auf Real eingestellt, kreierte sich genug Chancen, um zu treffen, da mangelte es halt an der Chancenverwertung, ließ aber auch defensiv quasi nichts zu und damit beginnen wir jetzt, wie Dortmund gegen den Ball agiert hat. Um das Anlaufverhalten zu verstehen, das nur äußerst selten extrem hoch war, meistens hat es erst im Mittelfeld begonnen, so wie hier, muss man aber auch erstmal schauen, wie real das Spiel aufgebaut hat. Und da war es wie gewohnt Toni Groß, der sich halblings fallen lassen hat, wodurch sie einen Dreieraufbau gebildet haben. Dortmund hat dann tatsächlich meistens, so wie hier aus einer 4-3-2-1 Struktur, den Gegner angelaufen. Wir sehen hier, Rüdiger hat den Ball, dementsprechend attackiert ihn dann Julian Brandt, zieht aus der Ordnung heraus, um Druck auszuüben, sodass Rüdiger sich eine andere Anspielstation suchen muss. Das ist dann eben der zentrale Innenverteidiger in dem Fall mit Nacho. Dementsprechend zieht Füllkrug raus, macht Druck auf ihn. Der muss sich dann wieder eine Anspielstation suchen, spielt weiter auf Groß. Dementsprechend zieht Sabitzer auf ihn raus, macht da auch wieder Druck. Also da war jedem klar ein Gegenspieler zugeteilt. Großspielern weiter auf Linksverteidiger Mondi und da war es dann eben Sancho, der aus dem Zentrum herauszieht. Und so, wir sehen es jetzt hier, hat man Real nach außen getrieben und Mondi hat da keine wirkliche Anspielstation mehr. Also man hat Real da wirklich gut zugestellt, sodass sie nur selten nach vorne kamen. Auf der anderen Seite das gleiche Prinzip, da sieht man auch nochmal gut diese Struktur. War vielleicht nicht unbedingt ganz ideal, dass man die zwei Flügelspieler dann zentral neben Can hatte. Aber man hat es dennoch gut geschafft, in der ersten Halbzeit die Räume zentral zu schließen. Also es hat ja gut funktioniert, da die Flügel eben gut mit nach hinten gearbeitet haben. In dem Fall geht der Ball auf den Rechtsverteidiger Kavaral und Adeyemi übt dann Druck auf ihn aus. Hat Real sie dann doch mal überspielt oder wenn der BVB sich mal ein bisschen weiter nach hinten zurückgezogen hat, trotzdem noch in dem Mittelfeldpressing ging man in das gewohnte 4-1-4-1 über. Da hattest du dann zwar nicht mehr so viel Druck auf den Ballführenden, aber du hast das Zentrum deutlich besser kompakt gehalten und geschlossen. Außerdem sehen wir hier auch, wollte Real immer wieder über den linken Flügel vor allem Vini Junior in Szene setzen. Aber der BVB macht es extrem gut. Sie doppeln ihn hier schon bevor er den Ball überhaupt am Fuß hat mit Riason und mit Sancho. Sehen wir ebenfalls in dieser Szene, als er wieder einen Pass erhält, wodurch man es Real extrem schwer gemacht hat, überhaupt nach vorne zu kommen. Was aber natürlich auch einen großen Aufwand bedeutete, was die Laufleistung gegen den Ball angeht. So kam Real Madrid in der ersten Halbzeit tatsächlich nur sehr selten in das gegnerische Drittel. Wir haben hier mal Vini Junior auf außen, aber da schieben direkt drei Dortmunder dazu. Wieder Riason und Sancho, aber auch Hummels zieht aus dem Zentrum heraus, um eben da zu sein, falls Vini Junior sich gegen Riason durchsetzt. Auch durch das Zentrum war es extrem schwer, Passwege zu finden. Hier sehen wir wieder das 4-1-4-1 der Dortmunder und Real hatte da auf jeden Fall Schwierigkeiten. Sie hatten in der ersten Halbzeit zwar 64% Ballbesitz, aber der war nur selten gefährlich. Wenn man auf den Field Hilt schaut, also wie gefährlich der Ballbesitz war, dann ist da Dortmund sogar über das komplette Spiel gesehen gefährlicher gewesen. Also Real hatte zwar mehr vom Ball, vor allem in der ersten Halbzeit, aber nur selten in gefährlichen Räumen, weil der BVB es aber auch gut verteidigt und zugestellt, aber auch angelaufen hat. Dementsprechend ist der BVB das Spiel gegen den Ball so angegangen, wie ich es in meiner Vorschau gefordert hatte. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser und auch besser wie erwartet. Was ich da aber auch meinte, war, dass man nicht nur verteidigt, sondern auch mit dem Ball einen Plan haben muss, um hier eine Chance zu haben, zu bestehen. Zwar hat man streng genommen nicht bestanden, aber der Ansatz mit Ball hätte es definitiv auch gerechtfertigt, genauso wie der gegen den Ball, vor allem in der ersten Halbzeit, wobei einem da auch in die Karten gespielt hat, dass Real das hohe Pressing angewandt hat, das ich ja auch gewissermaßen erwartet hatte. Wie von mir angesprochen, hatte das aber auch durchaus seine Schwächen. Dortmund hat wie gewohnt aus ihrem 4-3-3 einen 4-1-Aufbau gebildet, den wir auch hier sehen, und Real hat es hoch zugestellt. Hier haben wir mal eine Beispielszene, in der es der BVB gut auflöst. Da ist es Riason, der hier unter Druck gesetzt wird, spielt dann den Doppelpass mit Sancho, der ihm entgegenkommt. Dann ist es wieder Riason, der den Ball hat. Real stellt es Mann gegen Mann zu, so wie man es auch erwarten konnte, aus ihrem 4-4-2 heraus. Dadurch, dass Sancho entgegenkam, hat der Linksverteidiger Mondi von hinten herausgezogen. Und auch Toni Kroos ist hier auf Emre Can vorgeschoben, hat dementsprechend das Zentrum geöffnet. Sabitzer hingegen hat den Raum hinter Kroos und Mondi erkannt, positioniert sich dort und bekommt einen Pass von Riason. Und wir sehen es hier, hat er einen massigen Platz vor sich. Die Realspieler sind alle im Rückwärtsgang und man hat mehr oder weniger eine 3-gegen-3-Situation und dann halt noch Sabitzer als Balltreibenden. Das war eine der zwei Möglichkeiten, wie Dortmund sich Chancen herausgespielt hat. Nämlich, dass man sich hinten raus befreit, das Realpressing überspielt und dann sich quasi aus dem eigenen Ballbesitz heraus Umschaltsituationen kreiert. Sah dann meistens so aus, als würde man kontern nach Ballgewinn. Aber es war wirklich aus dem eigenen Ballbesitz. Man hat Real überspielt und konnte dann eben die Tiefe attackieren. Wie in dem Fall mit Adeyemi. Da hat man sich zuvor ähnlich hinten raus befreit. Und die zweite Möglichkeit der Chancenkreation war, wenn Real mal etwas geordneter hinter dem Ball stand, dann konnte man es geordnet aufbauen auf Seiten des BVB. Und zwar war es dann, wenn man den Ball etwas höher hatte, so, dass Emre Can sich fallen lassen hat zwischen die zwei Innenverteidiger. Linksverteidiger Marzen ist dann ins Zentrum invers eingerückt, während Rechtsverteidiger Riason vorne in die Breite hochgeschoben ist. Dieses Muster ist so auf jeden Fall bekannt. Man hatte dann einen 3-2-Aufbau, hat man in der Rückrunde ja des Öfteren so gespielt. Hatte ich jetzt aber dennoch nicht erwartet, da man vor allem in der Champions League ja seit dem Hinspiel gegen Atletico Madrid im Viertelfinale permanent auf das 4-3-3 mit relativ flachen Außenverteidigern umgestellt hat. Und ich war tatsächlich schon ein bisschen verwundert, dass man jetzt im Champions-League-Finale ausgerechnet dann darauf zurückgreift, weil es halt schon relativ riskant ist mit einem Marzen im Zentrum, den ich da nicht unbedingt in der Rolle sehe, auch wenn er es meistens relativ gut gemacht hat. Nichtsdestotrotz hat es relativ gut geklappt. Man hat dann, wie man auch hier in dem Beispiel sieht, Sancho vom rechten Flügel auch ins Zentrum eher geschoben, damit er einfach den Passweg wie in der Szene auf Riason auf außen öffnet. Und dann hattest du im Mittelfeldzentrum meistens so eine Art Box mit Marzen und Sabitzer und Brandt und Sancho davor. Sehen wir auch hier ganz gut dementsprechend das 3-Box-3-System, wie man es heutzutage auch nennt. Wieder Hummels, der wie Schlotterbeck auf der anderen Seite als Halbverteidiger agieren konnte und dann aus dem Halbraum heraus bessere Passwinkel hatte und hier wieder Riason bedient, womit man halt gut nach vorne kam. Der hatte dann wieder zwei Passoptionen auf Sancho oder auf Sabitzer. Also das hat dementsprechend auch echt gut funktioniert. Auch hier bei der wahrscheinlich größten Chance wieder von Adeyemi ist es eben Hummels, der halb rechts antribbeln kann, weil Can im Zentrum als zentraler Innenverteidiger agiert, spielt dann diesen absoluten Weltklasseball in die Tiefe, weil man muss auch sagen, Real stand relativ hoch. Dementsprechend haben sie Raum hinter der Abwehrkette angeboten. Der BVB hat ihn zwar ausgenutzt, aber dann die daraus resultierenden Chancen nicht genutzt. Ja, und das war dann auch mehr oder weniger die Quintessenz der ersten Halbzeit. Überragendes Spiel des BVB, aber dann halt letztendlich die Chancen nicht genutzt. Daher musste Real Madrid etwas anpassen und genau das hat Ancelotti dann natürlich auch getan. Und zwar relativ pragmatisch. Man hat zwar umgestellt auf einen 4-3-3, aber der Grund für den Wandel des Spiels war weniger die taktische Umstellung, viel eher die Änderung der Herangehensweise. Nachdem man in der ersten Halbzeit noch wesentlich höher stand und häufig überspielt wurde, ging man die zweite Halbzeit deutlich passiver an, hat sich relativ tief hinten reingestellt, Dortmund dann die Spielanteile überlassen. Ich meine, am Ende kommt man in der zweiten Halbzeit bei 51% Ballbesitz für Dortmund raus. Und klar, am Ende waren die auch in Rückstand und mussten mehr oder weniger mit Ball vorne sich Chancen herausspielen. Aber auch als es noch 0-0 stand, hat man sich da extrem schwer getan und war dann wesentlich ideenloser. Also Ancelotti wollte mit dem Pressing eine Schwäche der Dortmunder ausnutzen, die sie aber über die vergangenen Wochen deutlich verbessert haben. Ich meine, das war immer so ein bisschen eine Schwäche von ihnen, wenn man sie Mann gegen Mann anläuft. Dementsprechend hat Real das ein bisschen einstudiert, auch im Halbfinale im Rückspiel gegen die Bayern schon angewandt. Aber man muss auch festhalten, dass Dortmund sich da wesentlich verbessert hat, vor allem über die Champions-League-Spiele, in denen sie ja zuletzt sehr überzeugt haben. Und dann, nachdem das nicht geklappt hat in der ersten Halbzeit, ist Ancelotti dazu übergegangen, eine andere Schwäche zu offenbaren, nämlich die Schwäche der Dortmunder, einen relativ tiefen Block mit vielen Gegenspielern zu bespielen. Das hat man diese Saison zwar wesentlich verbessert, war aber auch schon vergangene Saison eine Schwäche. Und genau das hat sich jetzt wieder gezeigt, nachdem sich Real dazu entschieden hat, nicht wie ein typischer Champions-League-Gegner zu spielen, sondern eher wie ein Bundesliga-Gegner. Und da hatten die Dortmunder ja Probleme, während sie sich in der Champions-League deutlich leichter getan haben. Aber genau das war dann letztendlich entscheidend, dass die Matrilenen das Spiel zunächst neutralisieren konnten und es dann auf ihre Seite zielen konnten. Während Dortmund sich in der zweiten Halbzeit dann mit der Chancenkreation schwer getan hat, man hatte quasi nur eine Chance mit dem Kopfball von Füllkrug, ist es Real dann wie gesagt gelungen, in Führung zu gehen, und zwar über einen Eckball. Eben jenen Eckball gilt es hier auch noch zu analysieren, da er letztendlich einfach extrem spielentscheidend war. Als Grundlage dazu dient der Twitter-Thread vom User BVB-Philosophie, wirklich guter Account, macht gute Arbeit. Und zwar hat er das mit ein paar Hintergrundinformationen analysiert. Demnach musste der BVB in der Bundesliga 172 Ecken verteidigen und kassierte dabei drei Gegentore und die sind tatsächlich, wenn man sich die Tore mal anschaut, das war gegen Union, gegen Gladbach und dann gegen Leverkusen der späte Ausgleich von Stanisic, die sind alle nach demselben Muster gefallen. Und zwar waren das wie beim 1-0-Eckballtor von Real jeweils auf den kurzen Pfosten geschlagene Ecken beziehungsweise schon auch ins Zentrum, aber perfekt so, dass auch der Torwart nicht rauskommen kann. Und das war jetzt kein Zufall, dass diese Ecke genau dorthin kam. Das war schon eine Schwäche, die Real bei Dortmund ausgemacht hat, da man einfach alle seine Eckballgegentore auf diese Art und Weise kassiert hat. Denn so hat Eckballschütze Toni Groß alle seine vier Ecken, die es vor dem 1-0 gab, genau auf diese Art und Weise auch in den Strafraum gebracht. Also das war schon ein klares Muster und eine Schwäche, die man ausgemacht hat und dann letztendlich halt auch ausgenutzt hat. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, dann hätte es der BVB im Zentrum einfach besser verteidigen müssen und irgendwann auch mal darauf reagieren müssen, dass die Ecken immer gleich kommen. Aber das ist halt leichter gesagt wie getan. Das ist schon extrem schwierig. Wir können es uns nochmal anschauen, wie es der BVB im Zentrum verteidigt hat. Da war es eben so, dass man in einer Mischform aus Manndeckung und Raumdeckung verteidigt hat. Füllkrug war für den Raum am ersten Pfosten zuständig, Hummels dann für die Zentrale vor dem Tor und der Rest hat dann in Manndeckung verteidigt. Schlotterbeck an Rüdiger, Riason an Nacho, Marzen an Cavaral, Can an Bellingham und Brandt an Kamavinga. Und entscheidend ist ja eben Marzen an Cavaral. Da hat Real so ein kleines Mismatch ausgemacht. Klar, Cavaral ist jetzt auch nicht unbedingt groß, auch nicht der prädestinierte Kopfballspieler, aber gegen Marzen kann er sich halt schon durchsetzen. Der Ball kam dann halt auch perfekt, dass Füllkrug, der den Raum am ersten Pfosten abdeckt, nicht mehr wirklich drankam. Und so ist eben das entscheidende Tor gefallen. Am Ende fällt auch noch das 2 zu 0. Da war es ein individueller Fehler von Marzen. Und genau das, diese kleinen Fehler haben dann am Ende den Ausschlag gegeben, nachdem der BVB in der ersten Halbzeit definitiv in Führung gehen muss, dann aber wiederum nicht mehr wirklich reagieren kann in der zweiten Halbzeit auf die Anpassungen von Real. Das war wieder mal ein bekanntes Phänomen unter Edin Terzic. Immer wieder mit guten Matchplänen zu Beginn des Spiels, weil er einfach sich perfekt auf den Gegner vorbereitet. Aber sobald der Gegner Anpassungen vornimmt, dann reagiert man nur selten oder nur selten gut darauf, um dann letztendlich doch noch das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Und genau das ist einem wieder mal zum Verhängnis geworden. Wenngleich man sagen muss, dass die individuelle Qualität bei Real Madrid natürlich deutlich höher ist. Die haben da einige Weltklassespieler, während der BVB einen Kader und vor allem eine Bank hat, die nicht unbedingt auf dem Niveau mithalten kann. Vor allem, wenn die Spielweise zu Beginn relativ intensiv war, dann geht einem auch so ein bisschen die Kraft aus. Und das sind halt alles Aspekte, gemeinsam mit der schwachen Chancenverwertung in der ersten Halbzeit, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass man am Ende ohne Titel rausgeht, wieder mit einem verlorenen Finale in Wemplay. Das soweit meine ausführliche und auch ein bisschen verspätete Analyse zum Champions-League-Finale. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Ihr seid noch am Start und habt so lange zugeschaut. Falls ja, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt und es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.